umsatz planet alpha den haben wir ja extra freigeschaltet damit wir jetzt machen können sternzeit 82 stern 9 0 wir befinden uns auf planet alpha einen neu entdeckten wasserplanet und wir haben das gefühl wir müssen das laub aufkehren oh dann kriegt man ein toter waddle dee das ist kein secret das war offensichtlich ich kann dinge tun ach guck mal wir wechseln wir wechseln durch die jahreszeiten dann irgendwie wenn wir das besser wir können mit den deutschen secret wir könnten jetzt ist es keine secretüren sondern wir wechseln doch doch jetzt ist es nachdem ist es offen willst du den haben der wirft knochen den konnte man nicht einsaugen das ist ein ei unten drunter zack wir müssen um die abschnitte voranzukommen ich gehe da mal rein müssen wir ja das wechselt einfach nur die jahreszeit also die tageszeit weißt du ja lass uns mal hier zurücklaufen den habe ich aber ordentlich zerschmettert wir brauchen den grastypen warte warte nicht töten nicht kaputt machen wir können auch den feuertypen nehmen aber der grasyp ist auch ja okay dann haben wir den feuertypen der macht das gras der macht das schon ja ja okay können also durch drei zeiten durch wechseln drei ja ja genau drei verschiedene okay hier müssen wir wahrscheinlich hin damit mit dem strom ja genau da muss das da ist das wasser bestimmt dann weg wenn es herbst ist oder winter das war jetzt winter und dann gab es ja noch nacht irgendwie nacht ist keine jahreszeit ja doch doch ja was das war alles klar hey kollege hey kollege hey cpu dankeschön 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 alles es ist wirklich ein secret sushi das ist ein lustiges level die mechanik finde ich interessant war das sind die ganzen planeten die wir jetzt kennengelernt haben also das interessanteste ist es so lecker so ich kann bitte nach oben machen ich bin tor tors hammer die müssen erst mal aktiviert werden die massen damit man die auch platt machen so mal gucken wie wir jetzt weiterkommen erst mal direkt hier an aber wir waren doch gerade bei links ach so das war keine keine weitere welt alles klar dann habe ich nicht diese auch okay dann bei uns ein bisschen ich kann keine kaputt machen okay das ding kann mich doch jetzt bist du vergiftet ich bin klug aber komisch das sind lauter mechanik miteinander kombiniert die wir aus den letzten level kennen und die sonst den ganzen sachen passiert sind ja also die wir auch in den anderen welten gesehen haben willst du den ich glaube den will ich einfach als kollegen dabei haben willst du den oder er gibt mir den das sieht so süß aus da bist du jetzt wieder total schnell unterwegs ist auch schön ich bin ein sausevogel ja war so klar der macht nun work habe ich nicht mitgerechnet ich habe keine ahnung ob ich richtig der mensch gemacht habe aber anscheinend ich bin hier nämlich der bruttelvogel die müssen weg ich will die auch nicht nur komische kochpower nicht als kochmüssen blödsinn hier macht die ist begrennt alter wie viel ist das denn bitte jetzt habe ich ein bisschen mehr da oben ist mit okay die waddle deez kann ich töten vielleicht klingt mir was besonderes wenn ich die alle bleibt mache ich kann keinen blitz nach unten machen du kannst du hättest mit dem anderen dingen kraft nach unten machen können aber die sind eh wieder respawn von daher ist nur ein gimmick hoffe ich das war's schon kurz aber knackig vogel pops okay jetzt konzentriere ich mich das sah gut aus das war sehr sinn ich habe ich schwöre meinte meins ich schwöre ich habe ich habe das gleichzeitig klacken hören wirklich ich schwöre ich habe das gleichzeitig klacken hören das ist verrückt weil ich krieg das puzzleteil und du nicht aber es hat gleichzeitig klack gemacht also haben wir gleichzeitig gedrückt ist wirklich richtig unfair ja ist wirklich unfair am besten fließt du zu den nächsten planeten also es ist der mond es ist der mond von dem ozean das können wir doch nicht am leben lassen das bedeutet wohl weiter das bedeutet wohl weiter das bedeutet wohl weiter diese blöde cpu ich glaube cell an bo Willi salut umdecken bis muss fest dann rufe das ist tod Aber nein, der ist doch kacke. Aber der ist doch nur kacke für den Moment und dann ist er weg. Das stimmt. Außerdem kann ich, glaube ich, den Kühlschrank aufstellen. Nee, also nicht den Kühlschrank, das kann der Maler machen, aber da waren wir schon. Du kannst der kochen, du konntest uns kochen. Ach, euch kochen? Richtig. Du konntest uns zu einer Leckersuppe machen. Leckersuppe! Oh, dann haben wir jetzt anscheinend wieder einen Bossgegner vor der... Oh, nee, vergiss es! Wollt ihr den auf Kumo haben, weil Kumo fast tot ist? Okay, jetzt bist du der Wasser-Typ. Oh, hier unten ist noch ein Ninja. Habe ich jetzt meine Elektropower verloren? Dann gib mir irgendwas anderes. Feuer. Feuer ist gut. Warum hast du deine Elektropower verloren? Keine Ahnung, ich hatte das anscheinend ausgespuckt. Oder zu viel Schaden bekommen und dann kann ich nur die eine Power wieder kriegen. Ui, das sieht nach Story aus. Oh, die beiden schon wieder... Oh, in Gold und Silber! Ja. Oh Gott, das ist Pokémon. Auru und Argentu. Okay, alles klar. Die waren ja so ein bisschen ätzend. Ich glaube, den kann ich sogar mit meiner Feuerpau... Kannst du die einsammeln? Die Feuerpau ist weg. Ich habe versucht, ihn zu essen, das hat aber nicht so geklappt. Da oben sind immer welche. Ich wollte ihn einsaugen. Oh, nee, also okay. Ich kann irgendwie kacke! Oh Gott. Also die... Ich will die einsaugen. Warum krieg ich die nie? Oh ja, knutschen, 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 knutschen. Oh Gott, oh Gott! Wow, 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 wow! Ich will den einsaugen! Ich weiß nicht... Lass mir den einsaugen! Wen willst du denn nur einsaugen? Ja, man will den einfach erst einsaugen, weil ich keine Kraft habe, Mann! Ich kann... Ach so. Was will ich wohl einsaugen? Oh, guck, wir können hier den Kram kaputt machen. Also ich jetzt nicht so, aber okay. Jetzt passieren tausend Dinge. Lass mich, mach mal hier den Kram kaputt, mal gucken, was passiert. Aua! Irgendwie nicht so viel. Ah, was? Die laufen hier die ganze Zeit durch? Den schildern hier einfach. Einer von denen ist anscheinend gerade gestorben. Ja, der Silberner irgendwie scheint. Gehe ich mal hier durch, vielleicht kann ich den ja essen. Nee, okay, dann nicht. Dann knutze ich mit der CPU und stehe hier nutzlos in der Gegend rum. Wie du... Uh! Au, 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 au! Den kann ich nur essen. Oh, hallo! Na, was geht? Tötet den mal bitte! Ja, wir sind doch... Oh, ich hab dich geknutzt! Hallo! Oh, und nochmal! Also jetzt... Haha! Ja, jetzt hast du eine Power-Powa! Brennst du mich los? Da freu ich mich ja. Oh, U! Welche Tasten, oder? Ja, ich habe jedenfalls im jeden Fall ordentlich Damage gemacht. ora, ich kam noch mal bei mir oben lang. Oh, ja, okay. Die hat zusammen Wasser versunken. Ich fühle mich manchmal so nutzlos. Gut, dass die CPU da ist und Franz! Ja, ich war essentiell für diesen Kampf. Ich glaube, du hast mit dem Wasser, weil das überall rumgeflossen ist, ganz schön viel Schaden angerichtet. Ich habe Knöpfe gedrückt. Wenn man einen Controller hat, der schon am Batterie-Löme ist. So schlimm kann es noch nicht sein. Nein, das stimmt. Bling, 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 bling. Oh, Bonk. Da hält sich irgendwas fest. Okay, scheint was mit Wasser zu sein. Das sind definitiv die alten Gameboy-Cover. Zum Teil einfach Illustrationen der alten Dinger, ja. Da sind links in Sterne. Kannst du dir mal holen. Ciao, Mond. Da liegt es davon. Oh, sneaky. Nice. Und den gucken wir uns noch an. Planet Kaverna. Das klingt spannend. Und da sind ganz viele Secret-Türen gewesen. Ob das wirklich Secret sind, wissen wir nicht. Aber Türen sind es. Eigentlich Löcher. Hallo, hallo. Eben, Honigball Hallo, hallo. Eben, euer Honigball A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Untertitelung des ZDF, 2020